Dem stimme ich nicht zu, weil ich glaube, dass wir hier sehr viel Nachholbedarf noch haben und Aufholbedarf. Es wird natürlich schon einiges getan dazu seit vielen Jahren, das ist gar keine Frage. Das würde ich auch nicht als eine Frage stellen, aber nur, es muss noch mehr passieren. Also wir, laut Studien und Nachweisen, haben wir als Grazerinnen und Grazer eine geringere Lebensqualität zu erwarten, wie in anderen vergleichbaren Städten, das macht schon nachdenklich. Und als dreifacher Familienvater will ich meinen Kindern auch eine gesunde Luft zumuten, so wie ich sie zum großen Teil erfahren habe dürfen.